Wir betrachten einen stabförmigen Körper. Für unsere Überlegungen wollen wir uns ausschließlich auf die Hauptabmessungen konzentrieren, also die Erstreckung in Längsrichtung. Mithilfe eines Maßbandes kann die augenblickliche Stablänge L eindeutig ermittelt werden. Um den Einfluss der Temperatur des Stabes auf seiner Länge näher zu untersuchen, benötigen wir einen Thermometer. Damit ermitteln wir eine anfängliche Stabtemperatur von 20 Grad Celsius. Nachdem die Anfangsbedingungen unseres kleinen Experiments festgestellt sind, können wir damit beginnen, die Temperatur des Stabes langsam zu erhöhen und die Veränderung der Stablänge dabei zu beobachten. Es wird offensichtlich, dass der Stab sich mit steigender Temperatur zunehmend verlängert. Wir halten für einige Temperaturzustände die korrespondierenden gemessenen Temperatur- und Längenänderungen in einer kleinen Tabelle fest. Bei genauer Analyse aller erhaltenen Messergebnisse wird deutlich, dass ein proportionaler Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Längenänderung vorliegt. Eine Verdoppelung der Temperaturerhöhung von zum Beispiel 40 Grad Celsius auf 80 Grad Celsius zieht eine Verdoppelung der Längenänderung von 5 auf 10 Millimetern nach sich. Dieser Art von Proportionalität werden Sie noch oft begegnen, denn sie trifft auf sehr viele technisch wichtige Materialien zu. Art von Proportionalität 2. 6. 7. 8. Vielen Dank.